Wir kriegen hier voll den Geleitschutz und der macht, guck mal, der macht die Straße durch vorne und hinten die Polizei. Da vorne stehen sie auch schon. Ja, das war noch so richtig für Aufsehen. So, warte, ich packe das direkt in die Garage rein. Und dann holen wir gleich raus und rasen dann nochmal durch. Nein! So, alles klar. Ja, warte, ich hol den Quad raus. Vielen Dank nochmal. Ist das geil, Jungs! Ich hab tatsächlich keinen Quad mehr, ich hab alles verkauft. Ich hab nur noch keinen mit Quark, ach, ähm, und, äh, Hunter. Ja? Äh. Äh.